Hallo, ich bin Klaus aus Hyperflex aus Dänemark und wir haben diese neuen Modelle hergestellt. Und hier auf dem Miva haben wir das erste Mal präsentiert. Hier ist eine ganz neue Sache, dieser Handel. Wir haben eine weitere Vorlage und eine bessere Auflage. Und neue Füße machen wir auf. Und dieses funktioniert so schnell. Auf dieser Auflage haben wir nun auch Gummi verwendet und gibt es keine Störung. Ganz neu hier. Vielleicht gehen wir da mit dem Präsidenten an, wenn man das Si-Raw-zübend hat. Ich muss das. Ich muss das, was ich nicht mehr wie ich erklärt habe. Ich danke dir, nicht mehr Whooовор und ich muss es gleich weiterarbeiten. Wir müssen das, was ich zuerst sehen. Ich möchte das, was ich nicht mehr so auf jeden Fall war und nicht mehr. Um, wie ich bin, was ich jetzt vielleicht ein paar Minuten Aundersen. Ich konnte euch nicht mehr, dass ich nur noch die Auflage oder nicht mehr. Vielen Dank.